Hallihallo liebe Leute und Herzlich Willkommen zurück zu Minecraft Haro zusammen mit Manu Hallo Wo ist mein Hut? Er hat grad Made i Moody geküscht, weil sie gleich aussehen Palu mit seiner ultra-seilischen Brille Ja, hi Und Sommel mit seinem Hut Familie Hut Familie Hut Ich bin die Prinzessin Das ist quasi auch ein Hut Und, äh, Manu darf mit einem Moody reden Oh, okay Todesser? Haben die, äh, das Ministerium angegriffen? Verfluch! Was ist ein Ausbau aus Azkaban? Nein Wir müssen dorthin Schnell, komm mit Rett mich Sirius Nimm deine Waffe, nimm deine Potions Und alles, was du brauchst Und komm dann zu mir zurück Ich bin bereit, tschüss Okay, okay, okay Zurück Ist noch irgendwas interessantes im Haus gewesen, Zombie? Weiß ich nicht Ich will den Wandteppich Den Wandteppich würde ich gerne Ja, dann stalken wir doch mal ein bisschen, oder? Den Wandteppich haben wir schon gesehen Ja, den haben wir schon gesehen Aber hier oben, komm mal mit Manu Komm mal mit, komm hier hin Komm mal hier Komm mal hier Wir können hier stalken Guck mal, sicheres Blick hat sein Zimmer abgeschlossen Hallo Humora Hä? NOLL NIEEEE Hat der Geld? Der hat doch Geld Ja, dem könnte das ganze Haus hier aber Sein Zimmer ist ja ultra langweilig Hä? Boah, wie kann man nichts machen? Nicht mal rausgucken Okay, warte Vielleicht Wer war Rap? Äh, der der den Ring hatte ursprünglich Okay Wir hatten ein bisschen Unordnung Der Ring mit dem Horcrux dran RAB Okay, ja, auch nichts interessantes Alles klar Ne, da oben waren zwei Kisten, aber die sind leer Ja Das ist ja komisch Von Unfall Okay Und jetzt runter in den Tod Ja, zum Median Hm, hm, hm Der Orden des Phönix Ach, jetzt bin ich gespannt, ey Asgaban Oh Okay Ganz viele Dementoren Ganz viele Phantome Oh, das ist echt cool Ja, weil die ausgebrochen sind Hat er doch gesagt So habe ich mir Asgaban davor nie vorgestellt Bis es in den Filmen so aussah Echt? Ja, wie so ein Klotz halt Ich habe schon immer eher gedacht Das wäre so was normales Aber das ist einfach so ein So ein Dreieck Im Ozean Oh Aber ich wünsche, wir hätten die Explosion gesehen Oh, ich glaube ich lege Oh, und da oben ist ein Todesser drauf Zwei, drei, vier Jo Hä, warte, warum Ach so Oh, weil die in vain Oh, ist ein Filist? Nein Oh, ich nehme an Die Feine sind überall Jagt sie Mach sie fertig Sie dürfen nicht kommen Manu, du hast doch eine komische Stute Ja Oh, warte, ich muss Bombaler wieder ausrüsten Der falschen Zauber Ich leck' klar, ob ich gerade Ultra Oder der Server leckt Oh, ich habe den Falschen angegriffen Äh, 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 Dementor Dementor Expecto Patronum Expecto Ich habe den Zauber nie gelernt, rette mich Okay, ich bin Expecto Patronum Ihr macht die eben fertig Ich schlag die, Mama Okay, danke Aua, au Ja, ja, ich habe schon dreimal den Falschen angecastet Wenn jemand ein Problem hat Ich bin Verräter Mit den Dementoren, wenn es dunkel wird, gib Bescheid Warum macht denn Mad-i-Moodie nichts? Ich frag mich das gerade auch Warum steht die da einfach nur rum? Äh, hau Wer aus den kommt doch Zauber raus? Nein! Doch, aber jetzt Doch, jetzt einmal Aber die sieht halt so komisch aus Die ganze Zeit schon, so 20 Mal oder so? Nööööööööööööööööööö Ich mach einfach nochmal Expecto Patronum Und dann wechsle ich wieder auch zu Stupify Kommt her, ihr Todes, es war hier Ja, alle auf einmal Hä? Die Dementor Warte, ich caste, ich caste, ich caste Ich caste, ich caste Expecto Es ist auf cooldown, es geht nicht raus Er kommt nicht raus Er kann den Zauber auch nicht Er hat auch geschwänzt Hilfe! Aua, Aua, Aua Ich brauche Oh, oh, oh Ich rette dich Nimm das Das ist auch cool Mit dem Schwert Rett ihn mit dem Schwert Okay Oh, sorry Hä? Sehr gut Bei mir wird alles dunkel Bei mir wird alles dunkel Expecto Patronum, bitte Warte, ich rette dich Expecto Patronum Oh nein Die Polizei kommt scheinbar Patronum, es lädt Ach, das sind diese anderen Fatome Warte Die Polizei mischt sich auch noch ein Ja, scheinbar Aaaaaaah Hä? Haben wir einen verloren? Den unwichtigsten? Von Auffelpuff? Da ist er doch da drüben Hilfe! Ich bin fast tot, ich bin fast tot Ich bin fast tot Dacht der wär tot? Nein! Nicht schon wieder, nicht schon wieder Gryffindor Gryffindor Hilfe! Nein, 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 nein! Leute! Leute, bitte nicht! Ich bin wirklich fast tot Na, ich hab ihn Es ist unglaublich Es ist unglaublich Man sagt ja immer in den Momenten, in denen es wirklich drauf ankommt Da wärt man, wer seine wirklichen Freunde sind Da, da, da Wenn's um wirklich was geht Riffindor Das ist eine Chance, ey Wir müssen uns den Ruhm nicht mehr teilen, doch Leben Oh, hilf mir! Dir cast dich keinen mehr Wir machen den Haltzauber von uns Rette mich! Oh Gott Hä? Da hat jemand so eine Da, guck mal, das ist ein Magier Das ist ein richtiger Gegner Hilfe, Hilfe Der macht dieselben Sachen wie der Magier in Minecraft Dungeons Alter, was ist das für eine Rüstung? Die kennen wir doch Ach ja, die müssen wir erst dann und dann verwandeln Ja, genau Äh, hier Ich zauber den an Jemand muss jetzt, äh, Vera Berto Vera Berto Irgendwer Ok, mach ich selbst Oh Gott Oh, da War zu langsam Äh Nein Ich hab immer noch den Fluch auf mir Ich hab Vera Berto auf Also, ihr müsst im Exit immer muss Warte, 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 ich hab ihn gleich Ich hab ihn gleich Ok, wir haben ihn gewonnen Oh, ne, da kommt ein Dementor auf euch zu Oh, ja, warte, ich muss mir um So, Expecto Patronen Einer noch? Ja, ist bei Paluten Er hat ihn Oh, wir haben's geschafft Oh, das hast du echt zu viel gemacht, weißt du Ach ne, das war der Manu Hä? Ach so, er ist das, ich hab ihn gar nicht erkannt Der sieht so anders aus Oh, da hat er den eh schon ein paar Mal gesprochen Oh ja, aber jetzt dürfen wir nicht zu vorsichtig werden Wir werden sie fertig machen Wir kämpfen Ok, aber wir gehen erstmal zurück Ok Oh, ja, komplett Ja, warte, aber holen wir da jetzt Sirius raus Oder warum waren wir da überhaupt Nur, weil die Todesser da hingegangen sind oder so Wir haben nicht halt die Ausbrecher aufgeheilt Ne, Sirius ist doch frei Ja, aber warum waren wir Weil der Todesser einfach hingegangen sind Ja, wir haben jetzt alle umgebracht Wir müssen jetzt wieder zu Dumbledore Dumbi Ja, ich häng' hallo Hilfe, Hilfe Ich hüpfte Er hat mich gefangen Er hat mich gefangen Genau Speak to Dumbledore Hallo Ja, ne mach du Du ist mal da doch Ok Weißt du was in Azkaban passiert ist? Dumbledore, wir waren dort Und dann Todesser und dann haben wir sie alle umgebracht Oh, sieht so aus als würden meine Befürchtungen alle wahr werden Ich befürchte dunkle Zeiten Die uns erwarten Aber weißt du Vielleicht finden wir noch etwas Glücklichkeit in der Dunkelheit Und alle Freunde werden mit Hier 50 Punkte für Hufflepuff Hallo, ich war doch auch da Boundardo Hä, warte was Äh, für den Rest deiner Zeit in Hogwarts erlaube ich dir das Pen-ni-Pensive Hier im Office zu benutzen Ist es dieses, äh, Vergangenheitserinnerungs-Dring? Oder was ist das? Ah, nice Damit können wir ja dann quasi zurückreisen zu bestimmten Orten Und bestimmte Sachen nochmal spielen Ach soo Ja, Zombie Ähm, du hast mir in der ersten Folge ein Quidditch-Match versprochen Ja, ich hab gedacht wir bekommen eins aber anscheinend nicht Oder wie ist das? Also wir könnten nochmal zum Quidditch-Platz durchsuchen gehen Ah ja, hier können wir die ganzen Unterrichte nochmal nachmachen Ah, da steht nur so eine Zeit, die lange wir gebraucht haben für die Unterrichte Oh lol, best time, ja Warte, okay, dann fliege ich kurz noch zum Quidditch-Feld und gucke ob deine Quest ist und wenn nicht, dann war's das Ah, ich hab's gefunden Oh, da sind zwei Schülerinnen Ah, da, da unten, 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 ja Ah, da bist du schnell mal da, du hast die Lust bei dir Ja, aber nur Pick-Up, nur Pick-Up Hä? Warte, wir müssen einmal im Kreis Aber wo, 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 wo muss ich lang? Ach, da! Da sind die Kreise, hab sie nicht gesehen Ah, ich seh, ist okay, okay Ah, ah, oh nee Oh, um Gottes Willen Oh, um Gottes Willen Oh, um Gottes Willen Du kannst du eh da Oder? Ich hab' den auch Oder? Haben wir's? Ja, 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 ja Ui, Alter Ich hab' gleich noch ein Geschenk für dich, wenn du wieder da bist Warum ist der Biesen so schnell? Das ist zu schnell Ich bin auf halben Geschwindigkeit Ob wir nen Weltrekord brechen? Mann, der kleine dicke Junge hat keinen Spaß, weil er keinen Tauberfliedding hat Dann spart doch dein Geld Du kannst auch das Schwert von Gryffindorfer kaufen Niemal Ach, der hat eh genug jetzt, mittlerweile dürfte er genug haben Der bekommt halt, der hat halt kein Inventar Der wird gewonnen Minge, komm mit Was denn? Wo bist du denn? Wir haben's geschafft Ja, da Oh, das ist so, was? Minge, komm mit Geschenk von Baluten Okay, ich wollte die Quest abgeben Ja, gleich Was für ne Quest da? Lol Ist da etwa ein Knüppel drin? Lol, da ist ein Knüppel drin Also Rüste den Knüppel auf Ja Und ich möchte nochmal wiederholen Ich hab' dir nie dein Knüppel geklaut Dies einfach, willst du wirklich einloggen? Ja Da Wir haben's geschafft Jetzt werdet ihr sterben Hallo Nicht du Oh, Neville Have you found Trevor yet? Not yet? Hahahaha 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 Hier ist ein Schnatz drin gewesen Ja, und ne Kiste Junge Sein ganzes Leben besteht aus Trevor Oh, die Kiste ist auch schnell Hier ist eine Kiste Oh, ja Ja, ja Ja, ja Huch, 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 huch Huch, huch, huch Huch, 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 huch Huch, Huch, huch Huch, Huch, Huch Manu, ich hab' was für dich Hier ist ne Quest Was denn? Familie Hut ist vereint Warte, warte hier Put und ground Eins Huch Aber ich kann doch nicht Mit einem Mut Obwohl mein Idol ist So wie ich's mir vorgestellt habe So warte, ich sieh's auch an Oh, warte, hier ist ne Prankfest Und Ey, Crip Endlich cool Endlich cool Alter, seh' nicht geil aus Wir sind beide ultrageil aus So, wo, wo? Komm mit Ja? Die Gryffindors wollen die Slytherins pranken Haben sie gesagt Als ob Ja, dann sprich du sie Okay Okay Hey du Hast du Lust den Support für Gryffindor zu zeigen? Bist du dabei? Ja klar, was muss ich machen? Ja, wir hatten Lust die Slytherins zu pranken Äh, hier sind ganz viele Slytherin-Banner im Zuschauerbereich über uns Ich will, dass du sie mit Gryffindor-Bannern ersetzt Als ob Wie krankst du denn Gryffindors? Wir geben dir dafür 150 Gold Sag mal Hat er uns grade krank genannt? Super Fall Bring den um Ist ja das Der krasseste Prank, von dem ich hier gehört hab Ja, was soll denn das? Ich schnapp ihn dir War nicht gekommen Diesmal bin ich auf dem Besen drauf, Leute Ich flieg einfach weg So, okay Der Zuschauerbereich Der Zuschauerbereich ist doch eigentlich Die sind ganz oben, ja Ganz oben Oh, da ist ein Schnatz Ne, hier ist der Zuschauerbereich Ja Zack Zwei geändert Drei Vier Hä, was war das? Hier Hier oben ist der Zuschauerbereich Ja, ganz oben ist auch Ja, die sind doch die Special-Linger Ja Ich glaub wir müssen in jeden dieser Slytherin-Türme Und da die Banner Was da? Oh, hier sind überall Banner Oh, hier sind überall Banner Komm her oder du? Hä? Ich wollte in die andere Richtung Da sind auch noch mehr Banner bestimmt Okay, wenn du meinst Ja, ja, hier sind keine Banner Upsi Okay, ich hab so irgendwie so 20 Banner jetzt gewechselt Okay, ja Dann komm ich zurück Ich mach nur noch jeden zweiten Dann könnt ihr ein paar machen Ja, ich muss nur einen Ich muss nur eins sehen Wird ihr nicht auch fertig? Doch Talk to Katie Bell Ja, guck mal her Ich hab ja nicht alle geändert Da Guck, da ist einer wo ich F gedrückt hab Und da ist einer wo ich nicht F gedrückt hab Sehr gut gemacht Ja Der krankeste Prank in der Geschichte von Hogwarts Der 150 Gold Prank Du hast die Banner aufgehängt? Brillant Ich kann kaum erwarten die Slytherins zu sehen, wie sie darauf reagieren Oh, deine Belohnung Eine Reaction machen die geil Okay, dann würde ich sagen Haben wir noch einen krassen Prank abgezogen Kommt mal alle her Dann war es das mit Minecraft Haru Zusammen mit Zombie Auf seinem Kanal gibt's Videos Zu Ähm Terraria Bei Paluten gibt's Mörder Minecraft Mörder Und GTA Und bei Paluten Manu gibt's auch GTA Und da bin ich manchmal in Minecraft Mörder Willis dabei Schaut bei allen vorbei Und bis zum nächsten Mal Tschüssi Tschüss Tschüss